hallo und herzlich willkommen ihr lieben coder und alle die es werden möchten heute kommen wir zum letzten video von unserem multiencryptor ohne viel worte kommen wir mit etwas mehr speed zur implementierung des mainwindow.cs und wir hören uns am ende des videos wieder bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sind nach harten sieben Videos endlich fertig mit Coden. Dann testen wir das Ganze einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das funktioniert ja genauso wie programmiert. Wer hätte es gedacht? Untertitelung des ZDF, 2020 Somit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat der Multi-Encryptor gefallen und Spaß gemacht zu programmieren. Ich werde mir für das nächste Mal ein neues Projekt ausdenken. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Easy Code C Sharp mit mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.